Die Wissenschaft versucht, komplexe Inhalte möglichst vollständig abzubilden. Ein Wald zum Beispiel besteht aus verschiedenen Baumarten, Unterbewuchs und Pilzen. Dort leben viele Tiere wie Rehe, Füchse, Wildschweine. Für viele Menschen ist der Wald ein Ort der Entspannung, für andere ein Jagdrevier. Und wieder andere verirren sich dort. Hier sehen wir den Wald in seiner ganzen horizontalen Breite. Betrachtet man einzelne Elemente, kann man in die vertikale Tiefe gehen. Ein Baum zum Beispiel besteht aus Wurzeln, Stammen, Ästen und Blättern. Die Blätter aus Zellen, in deren Chloroplasten die Photosynthese... Und hier könnte man noch viel weiter in die Tiefe gehen. Im kurzen Erklärclip gehen wir einen anderen Weg, nämlich den der didaktischen Reduktion. Wir filtern aus der horizontalen Breite ein typisches Element oder Beispiel heraus und wir erklären dies mit weniger vertikaler Tiefe, mit einfacheren Worten. Didaktische Reduktion heißt, weniger komplett und weniger komplex, ohne zu verfälschen. Wer dadurch ein Grundverständnis erworben hat, kann und wird auf diesem Hintergrund weiter lesen, forschen und sich in Details vertiefen.